Herzlich willkommen bei Idealstandard, dem Partner für Experten. Mittlerweile im 117. Jahr. Damit sind wir, glaube ich, eines der drei oder vier Unternehmen, die am längsten in diesem Sanitärbereich tätig sind. Heute möchte ich Ihnen den jüngsten Spross unserer Armaturenfamilie vorstellen, die Serie Edge. Die Serie Edge ist etwas, was wir als Statement sehen, ein Statement im Design, in der Formensprache. Warum ist das so? Wir kennen das alle. Es gibt über 1000, 2000, 3000 verschiedene Designs im Bereich der Armaturen mit Details, mit Spielereien, mit allen möglichen Effekten. Und es ist immer wieder mal sinnvoll zu sagen, wir führen ein Produkt auf seinen Ursprung zurück, auf das Wesentliche. Und das haben wir hier mit der Armaturenlinie Edge getan. Eine sehr klare, formale Armatur, bei der der Fachmann sofort erkennt, dass wir hier auf jedes überflüssige Detail verzichtet haben. Hier steht der Korpus und die Materialität im Vordergrund und ohne dabei auf Funktionalität zu verzichten. Die Edge-Armaturen passen hervorragend zur neuen Strada-2-Keramik und bilden als perfekte Paar, gerade wenn es darum geht, zeitlose, klare Formensprache zu realisieren. Das Bad ist ja auch ein klarer Raum. Weiterhin zeigt sich bei Edge die Expertise, die er als Standard als langjähriger Hersteller von Badarmaturen hat. Es sind Gussarmaturen in hochwertiger Ausführung. Trotzdem sind die Oberflächen gerade nicht überspannend, extrem poliert und spiegeln. Wir haben präzise Radien, präzise Kanten und wie gesagt alles ohne Spielerei. Die Armaturenlinie ist komplett. Das heißt, wir haben neben dem normalen Armaturenmaß auch wieder sogenannte Slim-Body-Armaturen mit einem schlanken Armaturenkörper, so dass wir optimale Größenverhältnisse zu allen möglichen Keramikwaschtischen herstellen können. Daneben gibt es auch eine Grande Armatur, besonders geeignet für die Abmaße ab 80 cm. Ein besonderes Highlight ist auch die Armatur mit hohem schwenkbaren Auslauf und seitlicher Betätigung, die sich hervorragend für besonders große Waschtische eignet oder da, wo Funktionalität gefragt ist. Insgesamt glauben wir, dass wir mit Edge insbesondere Architektur und Planer ansprechen, die sich für klare, zeitlose Formen interessieren und diese Serie wird sicherlich ihren Weg machen und nach Jahren auch noch genauso schön sein wie am ersten Tag.